Also das hier gehört hier gar nicht dahin, okay? Hussain, warum holst du sowas von Tankstelle? Keine Ahnung. Das hast du auch geholt, Mann. Wir essen sowas nicht. Ich wollte nur für Reiche mit E-Center. Nicht mal 50 Brotten so gut wie E-Center. Mein legendärer Trichter ist immer dabei. Die Leute, da ist er echt überall mit. Jaja, der hat schon so viele Länder gesehen. Der ist mehr gereizt als manche Menschen. Hier ist noch Vitamin C von E-Center. Ich hatte keinen Platz für einen E-Center. Hast du nicht gesagt, du hast zwei Koffer? Ja, und die waren voll. Weiß ich. Was geht, Leute? Wir sind hier in Warschau und zwar wurden wir hier eingeladen. Mein Freund Adam Saudar kämpft gegen meinen ehemaligen Gegner Rutkowski. Auf jeden Fall, wir sind hier und wir wollten euch etwas mitnehmen und zeigen, was hier so abgeht in Warschau. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins Gym. Da sind viele Bekanntheiten aus Polen sowie der UFC-Ex-Champion Blachowicz. Pudzanowski, Anzor Rajiv, ich habe gehört, Mohammed Khalidow kommt heute zum Sparring. Adam Soldaev, Mansur. Vielleicht gibt es heute Sparring, vielleicht nur Pets. Könnt ihr euch aber gleich anschauen. Was hast du dich jetzt entschieden? Ich weiß noch nicht, ich gehe da hin, quatsche und danach gucken. Puckstein, hast du eher Bock auf Kratzen oder Sparring? Kratzen. Ich habe ja keine Bock heute. Entschuldigung, wer macht Sparring, wer macht Kratzen oder beide Sparring? Ja, wir wissen noch nicht. Das trägt Pektor schon an. Ja, aber wir sind zu wenig in unserem Gewicht, gerade. Die Leute, die hier sind, sind entweder zu kämpfen oder sonst irgendwas. Ich glaube, wir ringen eher ein bisschen mit Hussein und danach machen wir Kratzen. Aber heute Abend machen wir mit Adam Soldaev Sparring. Und ja, das ist der Plan für heute. Wir machen doch Sparring. Wir machen doch Sparring. Schwierig Partner zu finden. Jeder ist schon besetzt, kein Polnisch. Wir machen das Spchen. Wir machen das Entschuldigung. Das ist ein Schmerz. Wir machen das. Das war ein bisschen ekelhaft, ich versuche noch eine mit ihm zu machen. Komisch, die ganze Zeit Beinangriffe versuche ich heute. Wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, dann tut das mit dem Kauf bei ASN mit dem Code LOM. EAAs während des Trainings. Ja, polnische Wasserflasche. Aber ein ASN ist noch besser. Einer der besten Kämpfer. In Polen. 66 Spieler, meiner Meinung nach Nummer 1. Jetzt hat er aufgehört mit dem Kampfsport. Jetzt ist der Coach hier in Witsa. Sehr talentöser Mann, Bro. Sehr talentöser. Dieser Mann ist auch nicht schlecht. Dieser Mann hinter dir ist auch nicht schlecht. Das war etwas härter als geplant. Wir gehen jetzt duschen. Danach gehen wir mit dem Atem in die Stadt was essen. Woher essen wir? Wir essen das Zentrum, Bruder. Zentrum. Oder umgekehrt. Aber bis jetzt Hussein reagiert nicht richtig. Warum hast du ihn nicht festgehalten? Aber gestern hat unser Plan funktioniert. Gestern war der Plan richtig gut. Ja, sowas passiert jeden Tag. Bruder, ich bin Millionär. Für mich kein Problem. Pay ist kein Problem. Es ist nicht fair, Bruder. Es ist nicht fair. Ich kann. Ich pay. Sie essen. Ich nicht essen. Warum ist das nicht gut, Bruder? Nicht gut. Die Sache ist, warum der nicht essen kann, ist, weil der Gewicht machen muss. Der muss noch so ein 8,5 Kilo machen. Und deswegen... Aber der geht immer mit uns raus. Wir gehen in verschiedene Restaurants, der darf nur sein Essen essen. Also ich sage ganz ehrlich, hier kann man lecker essen, aber in Deutschland, glaube ich, ist schon lecker. Passen, was probierst du? Ich hatte Hussein gesagt, der kriegt 200 Zlote. Das sind 50 Euro, wenn der den packt. Aber das war ein sehr gutes Versuch. 100. 30 Zlote. 30? Ja. Maschallah, Bonus. Jungs, let's go! 30 Zlote. Zwei Paar Schuhe? Ja. Also das schon mal weg. So Leute, wir haben uns etwas ausgeruht. Wir sind unnormal kaputt. Und der Adam ist in der Vorbereitung. Wir machen zwar abwechselnd mit dem Sparring, aber der ist gut in Form, wie er nicht. Aber dafür hat er das, was wir nicht haben. Und zwar den ESM-Buster. Ich weiß nicht, wenn wir das trinken, dann wird es echt schlecht haben. Weißt du? Was meinst du? Sollen wir das trotzdem trinken? Ich weiß nicht, was du meinst, aber ich auf jeden Fall. Na dann? So trinken wir. Einfach so. Damit wir heute Gas geben. Einfach so. Einfach Gas geben. Und falls ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, mit dem Code Lomb. Das ist gut schon. Hey, hey, hey! Das ist gut. Wie geht's dir? Hey! Hallo! Hier! Ich brauche nichts. Schau mal, wir haben einen Booster. Booster. Wir trinken diesen Booster. Wenn du nicht trinken, dann hast du große Probleme. Okay. Das ist besser für dich. Aber wenn du nicht trinken, dann kannst du auch trinken. Jetzt werde ich... Bist, ja? Ja. Das ist besser. Waaaah! Ja. Es ist sehr schwer, mit diesen beiden B's. Wenn ich train, und wenn ich mit dem Spirings bin, dann denke ich, dass die 3. Joule kein Problem für mich. Inshallah. Wir gehen in ein chienisches Restaurant. Also es gibt hier in Polen ein chienisches Restaurant. Ein Chiener hat es eröffnet, das ist eine komplett chienische Küche. Und wir zeigen euch jetzt unsere chienische Küche. Wir sind deutschland, wir sind zivilisiert. Zivilisiert, zivilisiert. Adel, es ist genug, bitte. Brother, okay. Someone ist, you know, look him. This is my first BMW, brother. This is my second one. My friends buy from me. And I buy from my friends also. From my trainer Anzor. This car first Anzor buy, then me. What good is stay in family, brother. Like Dwin Diesel said. Everything for family, brother. Now you're here, eh? Now we're here. Das ist ein Chienische Lupa. Water, brother. Chienische Lupa ist ein Film mit Brühe, weißt du? Ich glaube, Dabo fläschke kocht, oder? Nein, das ist ein Film. Das heißt, Äpfel, und das ist Teich mit so einer bestimmten Schauskäse-Sorte. Was ist das? Das ist ein sehr gute, spezielle Tradition von Chechnien. Look at this. Can you take this, huh? Assalamu alaikum. How are you, brother? We're here. We're here. Adam will help us. That's right. Krass, man. Alles sieht. Erinnert ihr euch noch an diese Person? Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, macht nicht zwei Sparring an einem Tag. Ich habe jetzt ein bisschen Kopfschmerzen. Aber sonst... Wir sind hier, um zu helfen. Deswegen mussten wir das so machen. Aber ich empfehle euch, macht nicht zwei Einheiten, also Sparringseinheiten an einem Tag. Und hiermit beende ich das Video. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. ...